Ist eine super Kleinigkeit, aber bringt halt dieses 95% zu 97%. Und 102 Züge sind jetzt gerade auf dem Weg hierher. Und wir haben hier einen dicken Stau. Oh, ich, ich, ich habe mich schon immer gefragt, warum das nicht geht. Ich habe es jetzt gerade gesehen, das ist der Geist mit dem Aggro. Das ist der Aggro-Geist. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu den Faktorio Friday Facts Nummer 403. Die Züge am Freitag in Faktorio mit Fakten. Also, Klonan schreibt, hallo, wenn man mit Zügen spielt, verbringt man meist viel Zeit damit, Haltestellen zu bauen. Bei meinen letzten Spieletests sind mir einige Ärgernisse und Schwachstellen aufgefallen, auf die wir heute eingehen werden. Zusammen mit einigen anderen Verbesserungen für 2.0. Die grafische Benutzeroberfläche der Haltestelle wird unterwegs angezeigt. Die Haltestellen-GUI hat für das Update 2.0 einen neuen Anstrich bekommen. Im Allgemeinen diente es dazu, es an die typische Layout der Entity-GUIs anzupassen. Aber ich nutze die Gelegenheit auch, um einige Funktionen hinzuzufügen, die uns ein wenig fehlte. Nämlich die Registerkarte Züge unterwegs. Sie können erkennen, welche Züge an dieser bestimmten Haltestelle ankommen. Also, wir sehen, Trains vs. Stop, also welche Züge halten irgendwann an diesem Bahnhof und wie viele Züge sind denn auf dem Weg zu dieser Station. Sehr cool. Sehr cool. Jetzt gibt es eine Distanzanzeige. Jetzt können Sie erkennen, welche Züge an dieser bestimmten Haltestelle ankommen. Ja, das ist praktisch, weil für LTN haben wir ja oft Stationen kopiert und mussten dann sozusagen ausrechnen, sind das jetzt Stationen von den anderen, die alten, die da gerade angefahren werden, sind das jetzt neue, die die neuen anfahren und, und, und. Jetzt sehen wir das halt genau, weil es genau auf diesen Stopp geht. Das gefällt mir sehr gut. Ist eine super Kleinigkeit, aber bringt halt dieses 95% zu 97%. Also ein bisschen Progress auf dem Weg zum 100% Spiel, zum perfekten Spiel. Das man eh nicht erreichen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Zug Benennung und Zug Begrenzung. Beim Einrichten einer neuen Haltestelle gibt es eine wichtige Vorgehensweise. Und wenn Sie es falsch machen, können Sie einer unangenehmen Situation geraten. Wir haben hier eine neue Station, die Eisendrop. Von denen haben wir 150 Stationen. Und da gibt es 251 Züge, die da hinfahren. Und 102 Züge sind jetzt gerade auf dem Weg hierher. Und wir haben hier einen dicken Stau. Yay. Mir gefallen die Kreuzungen hier übrigens. Das ist ein Hochgradkreisel mit einem kleinen Kreisel und ein Übergang. Aber der Übergang ist hier nur nach oben und nach unten. Interessant. Interessante Kreuzung auf jeden Fall. Ach nein. Sie haben die Haltestelle benannt, bevor Sie das Zuglimit festgelegt haben. Es ist ein Fehler, den man nur ein paar Mal macht. Aber selbst das Festlegen des Limits und der Farbe ist jedes Mal etwas mühsam. Sie können jederzeit einen vorhandenen Stopp kopieren und einfügen oder einen Bauplan verwenden. Und diese Optionen sind jedoch nicht immer so praktisch. Wenn ich darüber nachdachte und es immer wieder tat, Build Stop, Set Limit, Set Color, Set Name, kam ich auf eine Lösung, die die Risiken minimierte und gleichzeitig komfortabler machte. Wenn ich den Namen einer Haltestelle festlege, möchte ich, dass die Grenze, also das Train Limit, und die Farbe einer vorhandenen Haltestelle mit diesem Namen kopiert werden. Okay, also mein Userflow normalerweise ist eben, ich copy-paste die ganze Stationen. Und normalerweise gibt das Stationsformat den Limit an. Also wenn da jetzt ein 8er Stacker davor ist, dann hat das ein Train Limit von 9. Und wenn da halt nur ein 4er Stacker davor ist, hat es halt ein Train Limit von 5. Und das ist dann bei mir in der Blueprint drin. Und danach muss ich die umbenennen. Okay. Also ich mache es halt über die Blueprint. Und er sagt jetzt einfach so, nee, ich platziere eine neue und ich benenne das. Okay, schauen wir uns mal an, wie das im Video ausschaut. Also wir haben hier auf Landriss-Garlet, wird umbenannt zu Akkumulator-Drop, und dann ist dann das Limit drin und es hat nur Einzug los. Straightforward. Durch das Festlegen des Namens werden die Grenze und die Farbe der vorhandenen Bahnhaltestelle kopiert. Was passiert, wenn es mehrere Haltestellen gibt? Am sichersten ist es, die bestehende Haltestelle mit dem niedrigsten Zuglimit zu wählen. Okay, ich hätte jetzt gruppiert nach dem Setting und den genommen, dessen Setting am häufigsten ist. Was passiert, wenn ich das Limit festliege, bevor ich den Stopp benenne? Der Grenzwert wird nur geändert, wenn kein aktueller Grenzwert eingestellt ist. Das heißt, mein Useflow über Blueprints funktioniert weiterhin. Gut. Also, ja. Coole Änderung. Süße kleine Änderung. Macht es ein bisschen weniger schmerzhaft. Manche Sachen. Finde ich gut. So, der Name der Zughaltestelle wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus über die Karte fahren. Um die Unordnung auf ein Minimum zu beschränken, habe ich im Allgemeinen die, äh, habe ich im Allgemeinen mit den Haltestellen Namen, die nicht auf der Karte angezeigt werden. Allerdings möchte ich sehr oft sehen, was ein bestimmter Stopp ist. Deshalb habe ich eine einfache Änderung vorgenommen. Wenn Sie mit der Maus über eine Haltestelle fahren, wird der Name unabhängig von der Kartenansichtseinstellung angezeigt. Ah, okay. Okay. Ich hatte gerade Angst, dass Sie uns die schrägen Namen wegnehmen, weil ich finde das eigentlich ganz, ganz cool, wenn wir so richtig viele, ähm, Sachen haben. Aber es ist eher ein, wenn es ausgeblendet ist, wird es temporär eingeblendet, wenn ich havere. Ja, ist okay. Süße kleine Änderung. Ja. Und das ist auch so ein Ding, das zu programmieren, das ist jetzt nicht, also ich behaupte einfach mal ganz dreißig, das ist jetzt nicht viel Aufwand. Aber sich die Zeit dafür zu nehmen und einen Prozess zu haben, der dafür sorgt, dass da eben wenig Overhead ist, dass das getestet ist, dass das dokumentiert ist, dass eben klar ist, hey, das ist ein Feature. Und wenn das irgendwann mal kaputt geht, man weiß, hey, das war mal ein Feature, ähm, dass das alles sleek und lean ist, das ist die Herausforderung bei so einem Projekt, ähm, in der Spieleentwicklung. Und deswegen kriegen wir Battlefield, ein Spiel, wo man nicht mal ein Scoreboard hat. Kleines Feature, aber der Prozess wurde offensichtlich nicht so, oder mutmaßlich nicht so klar. Die Haltestelle zeigt den Weg der ankommenden Züge. Eine kleine weitere Sache, die fehlte, war die Schnelleanzeige, wo sich ein ankommender Zug befand und wie lange es wohl dauern würde, bis er ankommt. Dies war also eine weitere einfache Funktion. Wenn Sie mit der Maus über eine Haltestelle fahren, werden die Routen der ankommenden Züge angezeigt, sodass Sie deren Fortbewegung verfolgen können. Das heißt, wenn wir einen Stacker haben und dann sind gerade sieben Züge auf dem Weg, dann sehen wir da sieben Pfade. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht, ja. Kopieren und Einfügen von Bahnhaltestellen auf der Karte. Oh, ich, ich, ich hab mich schon immer gefragt, warum das nicht geht. Ich hab mich schon immer gefragt, warum ich reinscrollen muss, bis ich aus dem Map-Overlay raus bin und eben in der, ich sag jetzt mal, Radaransicht bin, damit ich pasten kann. Da Bahnhöfe normalerweise groß sind, lässt sich die Navigation bequem über die Karte durchführen. Daher war es immer mühsam, hinein zu zoomen, um sie zu kopieren und einzufügen. Deshalb hat Tobias es ermöglicht, sie aus der Kartenansicht heraus zu kopieren und einzufügen. Super Sache. Mag ich. Schön. Benennen sie alle Bahnhaltestellen um. Sie haben 500 Stunden im Spiel damit verbracht, ihre Stationen einheitlich zu kopieren, einzufügen und zu benennen. Aber sie haben einen kleinen Typo gemacht. Und nun sind alle orangefarbenen Ressourcenstationen Cooper Drop genannt. Und jetzt bleiben sie halt dabei. Aber sie sind nicht so grausam, dass sie alle einzeln umbenennen zu lassen. Wenn sie beim Bestätigen der Änderung in der Haltestelle die Taste Steuerung gedrückt halten, werden alle Haltestellen mit diesem Namen in den neuen Namen umbenannt. Sehr schön. Gut, 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 gut. Diese Funktion funktioniert auch für die neuen Zuggruppen und Logistikgruppen. Ich bin so gespannt, wie das wird mit den Zuggruppen und Logistikgruppen. Was das für einen Unterschied macht, das alles zu konfigurieren. Es wird natürlich komplexer, aber es wird so viel mehr möglich. Klasse. Oh, hier, also ich, ich sehe hier schon, es geht um ein Thema, das wir uns schon gefragt haben. Wir haben einen Zug, der ist über dem Wasser auf einer Brücke liegen geblieben. Wie kriegen wir denn da Treibstoff rein, ohne Long Reach? Mit der, mit den neuen Hochschienen hatten wir ein neues Problem mit Hochschienen. Was passiert mit dem Zug, mit dem sie fahren, der Treibstoff ausgeht, während er über Wasser ist? Wir wollen nicht, dass der Spieler stecken bleibt und keine Möglichkeit hat, zu entkommen. Wir haben viele Ideen gesammelt, aber die einfachste und einfachste Lösung hat sich durchgesetzt. Spieler können Lokomotiven mit den Füßen schieben, ganz im Stil eines Feuersteins. Sehr gut. Es ist nicht sehr leistungsstark oder schnell und daher in normalen Situationen nicht wirklich verwendbar, aber im Notfall erledigt es seine Aufgabe. Da der Spieler Wagen fahren kann, bedeutet das natürlich auch, dass die Wagen auch mal manuell geschoben werden können. Was ein ziemlich lustiger Anblick ist. Sehr cool. Das freut mich tierisch, denn man kennt das ab und zu, wenn man Kreuzungen hat, die nicht ideal sind, dass so ein Zug durch einen anderen Zug durchfährt und man eben so einen einzelnen Waggon stehen hat, den man mal schnell aus dem Weg schieben kann, der dann aber randvoll ist mit irgendwelchen Sachen, gemottet natürlich, damit die Kapazität gleich exorbitant groß ist und schon hat man das Problem, man kann die nicht einfach mal abbauen. Man baut dann ein Warenhaus, legt sein Inventar rein, baut ein weiteres Warenhaus, ärgert sich darüber, dass das Warenhaus bereits in dem anderen Warenhaus liegt, reißt das Warenhaus wieder ab, baut zwei Warenhäuser, legt sein Zug in das eine Warenhaus, nimmt das aus dem Waggon raus, legt das in das andere Warenhaus rein, baut den Waggon ab. Also wir kennen das und da ist das jetzt natürlich eine sehr, sehr schöne, süße, kleine Logik. Finde ich schön. Ferngesteuerte Züge. Oftmals geraten Züge in schwierige Situationen und erfordern manuelles Eingreifen, um sie wieder frei zu bekommen. Wenn sie jedoch auf einem anderen Planeten unterwegs sind und eine tolle Zeit haben, wäre es eine enorme Unangenehmlichkeit, nach Hause reisen zu müssen, nur um einen Stillstand zu beheben. Deshalb hatten wir bei den anderen Planeten in Space Exploration normalerweise kein Zugnetz. Deshalb hat Rayguard die Funktion zum Fernfahren von Zügen hinzugefügt, sich bereits so oft als nützlich erwiesen hat. Sag mal, Rayguard, ist das nicht der, ist das nicht ein Mod-Erzeuger? Haben die noch einen Mod-Erzeuger rekrutiert und ich habe das nicht mitbekommen? Ich dachte, Erandel wäre der, der einzige, oder ich, oder wir haben einen Entwickler, der auch Mods macht. Kann ja auch so rum sein. Wie dem auch sei, der Name sagt mir was. Aus dem Modding-Bereich. So, Remote View. Lokomotive, Cargo-Train, kein Pfad, Drive Remotely. Schöner, großer Button. The Train is in a group. And, jup, 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 jup. Job dahin. Dem normalen Hotkey-Fahrer umschalten. Ja, Drive Remotely. Hm. Der Bahnplaner arbeitet im Karten-Modus. Oh, das ist auch schön. Das ging auch vorher. Man musste nur einmal kurz rein scrollen, klicken und dann wieder raus scrollen, um in diese Ansicht zu kommen. Aber, dass man jetzt einfach nicht mehr rein muss, das ist sehr schön. Und er reißt hier Wände weg. Dass er Klippen und Bäume wegreißt, ist ja normal. Turrets darf er nicht wegreißen. Und er hat hier Warte mal. Blöderweise ist das kein Video. Wir können hier nicht pausieren und stoppen. Also, er baut hier das Ding hin. Jetzt ist hier natürlich eine Brücke, weil es geht über Wasser. Und hier ist er auch nochmal eine Brücke. Und dann schaltet er irgendwie um auf Mach mal keine Brücke. Haben wir schon die Info bekommen und ich hab's jetzt vergessen, dass wir per Klopfdruck Knopfdruck wechseln können? Schon. Ne, das ist der Steuerung-Modus. Das ist der Aggro-Modus. Ich hab's jetzt gerade gesehen, das ist der Geist mit dem Aggro. Das ist der Aggro-Geist. Der macht eine Brücke, weil da ne 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 Mauer ist. Und dann geht er in den Aggro-Modus mit dem Angry Geist, hier Happy Geist und dann Angry Geist und dann geht er hier rüber und reißt deswegen die Mauer ab. Haben wir schon Infos für bekommen. Ich erinnere mich. Sehr gut. Genis hat außerdem die gerade super da steht's ja auch noch Super-Forthbau-Unterstützung für den Railplaner abgeschlossen, sodass der Kreuzzug übersehen einfacher denn je ist. Sehr gut. All diese kleinen Verbesserungen summieren sich langsam und machen das Spielerlebnis viel schöner. Was denken sie? Gibt es etwas, was wir ihr verpasst haben? Teilen sie uns ihre Gedanken wie man den gewohnten Ort mit. Das heißt, unten in den Kommentaren oder in deren Forum oder auf Reddit oder oder oder. Also sehr schön. Ich hab richtig Bock. Ich mein, das sag ich jedes Mal und es ist halt auch einfach so. Ich freu mich auf das nächste nächste große Vanilla-Zug bauen. Es wird großartig. Es wird episch. Es wird klasse. Und ich bin mir sicher, dass das Grastorio so schnell darauf geportet wird, dass wir sozusagen einen Vanilla-Run machen können, einen Community-Run machen mit so auf dem Server oder Community, bastelt sich einfach was zusammen und dann machen wir gleich einen Grastorio-Run hinterher, einfach weil es so schön ist. Könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal, wie es tatsächlich wird. Es ist ja noch, wie lange ist noch hin? Vier Monate? Fünf Monate? Sechs Monate? Fünf bis sechs Monate, wenn ich mich jetzt nicht täusche. August ist ja das, was wir angepeilt haben, gerüchteweise. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für die Likes auch auf dem letzten Video und den Kommentaren. Ich habe mich tierisch darüber gefreut, mit euch in Kontakt zu treten und wir sehen uns live auf Twitch oder YouTube oder TikTok oder nächste Woche einfach wieder hier auf dem YouTube-Kanal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.